Ich habe ja mal so einen Beitrag gemacht, Deutschland im Herbst. Ich könnte eigentlich noch mal einen machen, Deutschland im Winter oder Deutschland im tiefsten Winter oder Winter is coming, wie bei Game of Thrones. Aber eigentlich hatte ich da schon alles gesagt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, also das Video, den Beitrag, dann guckt euch den auf jeden Fall noch an. Deutschland im Herbst, ein Kommentar zur aktuellen Situation. Ja. Und da gibt es ja auch ansonsten genug Kanäle, die sich jetzt mit den aktuellen Sachen befassen, was da alles ist. Ich denke, es hat auch viel mit Verunsicherung zu tun, mit Angstmache und so. Ja. Und das halt, was übrigens auch sehr schön war, weil ich mal hochgeladen habe. Vielleicht habt ihr das nie gesehen. Aber das war dann irgendwie halt ein Video, Jesus Christus mit einem Hinweis an die Bundesärztekammer, Lehrer, Eltern und alle anderen oder so ähnlich hieß das. Ja. Und da ist ja gesagt worden, dass wer jene von diesen Geringgeachteten zu Fall bringt, also die Kinder meint er in dem Fall damit, so wie ich das verstanden habe, der käme noch gut damit weg, wenn man ihm einen Müllstein unten im Hals hängen und den im Meer versenken würde. Wird da gesagt in dem Video. Steht auch so sinngemäß in der Bibel. Er hat es gesagt. Ja. Ja. Und wenn es wirklich Jesus geben sollte oder sowas und irgendwelche Leute dann denken, sie müssten da jetzt irgendwelche Sachen mit den Kindern machen und die Kinder da Schaden davontragen, bis hin zum Tod notfalls, also schlimmstenfalls, ja, dann will ich nicht in den ihr Haut stecken, ja. Und er sagt, die Leute würden noch gut dabei wegkommen, wenn man sie im Meer versenken würde. Das heißt also, was einen dann ansonsten vielleicht erwarten würde, wenn Jesus einen in den Finger kriegt, dass, äh, dann würde man nicht so gut wegkommen. Wie auch immer. Ja. Also, klar, kann man natürlich drüber lachen oder so. Ich weiß halt alles nicht. Äh, man muss doch nicht super gläubig sein, aber jetzt, äh, wichtig ist auch, vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht mitzumachen, ja. So wie ich das zumindest mal. Einfach auch mal ein Nein zu sagen. Vielleicht werde ich sogar da nochmal eine Sendung machen über Strategien oder so, aber das wollte ich ja eigentlich schon machen. Das wäre die Sendung gewesen, mehr als verlegen können wir nicht. Aber da war die Resonanz irgendwie nicht so da oder haben sich bestimmte Leute nicht gemeldet. Ähm, ja. Ja, versucht einfach echt, äh, echt anständig zu bleiben in dieser Zeit und versucht, echt, überlegt euch wirklich, was ihr macht und dass ihr nicht irgendwelche Sachen macht, die, äh, ihr echt später bereuen werdet. Oder einfach nicht mehr rückgängig zu machen sind oder sowas. Obwohl ihr dann nachher, äh, sagt Scheiße. Versteht ihr? Also, weil jetzt, man könnte wirklich sagen, echt, wir werden momentan alle geprüft, ja.